Es ist an der Zeit, dir eine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte eines Löwenjungen, nicht viel größer als du. Ich will nur gefragt haben, wir sind nicht in der Geschichte. Es gibt einen Haufen Geschichten mit uns allen, erzähl eine davon. Lang bevor sie zu Legenden wurden, wurden Mufasa und der Prinz, den wir heute als Skar kennen, zu Brüdern. Hallo, wie heißt du? Mufasa. Papa, du solltest doch auf mich warten. Wir können ihn nicht einfach hier lassen. Regeln sind Regeln, Taka. Der König akzeptiert niemals einen Streuner. Ich bin kein Streuner. Ich habe mich nur verlaufen. Wir verkehren nicht mit Außenstehenden. Taka ist der künftige König. Wir müssen die Blutlinie schützen. Aber Papa, ich habe sein Leben gerettet. Es geht los. Hey, weiß man, warum es scheint, dass wir noch draußen sind. Ich habe ein Geheimnis, Mufasa. Ich wollte immer einen Bruder. Ich wollte immer einen Bruder. Ich wollte immer einen Bruder. Manchmal wittere ich etwas. Kaum wahrnehmbar im Wind. Aber es riecht nach zu Hause. Dann ist es weg. Du und Taka zusammen, das ist zu Hause. Jetzt geht ihr beiden. Findet euren Platz im ewigen Kreis des Lebens. Der Kreis ist durchbrochen. Und ich werde der König der Löwen. Mufasa, lauf! Wir müssen gemeinsam kämpfen. Wenn wir kämpfen, sterben wir. Nur um das klarzustellen, dafür habe ich mich nicht gemeldet. Ich bin hier, um dich zu beschützen, mein Bruder. Ich bin hier, um dich zu beschützen, mein Bruder zu beschützen, mein Bruder zu beschützen, mein Bruder zu beschützen. Ich bin hier, um dich zu beschützen, mein Bruder zu beschützen, mein Bruder zu beschützen.